Ein herzliches Willkommen zu modernen Einrichten in Minecraft. Heute wollen wir dieses Schlafzimmer hier einrichten. Das hat eine Raumgröße von 10x10 Blöcken. Eine Materialliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wir fangen hier als erstes mit dem Bett an. Das stellen wir hier mittig hin. Dazu brauchen wir Schwarzeichenholzbretter, Schwarzeichenholzstufe, Nähtatzigezaun, ein Bett und ein grauer Teppich. Das stellen wir jetzt hier genau mittig hin. Drei zu jeder Seite. So, hier die vier Blöcke. Dann zwei Stufen auf jeder Seite. Hier nochmal jeweils ein Block und hier nochmal zwei Stufen. In die Mitte kommen dann die zwei Betten rein. Hier dann den Zaun nach oben. Und hier das gleiche. Da auch. Bis nach oben. Und dann einmal hier rum. Dann haben wir so eine Art Himmelbett. Dann kommt noch Teppich umzu. So. Und fertig ist unser Himmelbett. Als nächstes machen wir dann den Kleiderschrank. Dafür brauchen wir noch Schwarzeichenholztreppe, Falltür, einen Rahmen, Truhen, Blumentopf, Blumenhaken und zweimal Stiefel. Dann werden wir jetzt hier erstmal die Blöcke da hinstellen. Zwei freilassen. Und nochmal Blöcke bis nach oben. Hier machen wir Stufen hin, sodass die eben in diesem Block drin sind, in dem obersten. Da kommen dann Falltüren vor. Bezug gemacht. Hier unten hauen wir die Blöcke raus, stellen dort eine Truhe rein. Dann kommt die Treppe oben drauf. Kleinen Moment. Wo wollen mich die Frösche heute ärgern? Und Falltür vor. Dann hier Rahmen rein. Oben drüber Haken. Dann holen wir die Stiefel. Packen einmal da rein und einmal da rein. Das ist dann der Schuhschrank. Hier an die Seite nehmen wir Treppen und stellen die einmal so hin, dass es eben in die Richtung zeigt. Und einmal hierher. Unten hauen wir die Blöcke raus und stellen dort auch eine Truhe unter. Wieder Falltür vor. Zumachen. Hier kommt dann ein kleines Regal hin. Das setzen wir in diesen Block direkt über da drüber. Und zwar nach oben. Und dann einmal noch hier unten auch in den oberen wieder rein. Genau. Dann noch unsere Blumentöpfe. Blumentöpfe rein. Da oben Blumentopf. Blume rein. Fertig. Das war der Kleiderschrank. Dann haben wir hier noch eine kleine Kommode machen wir jetzt auch hier hin. Da lasse ich jetzt auch da wieder drei frei. Stellen wir wieder so rum. Und da hin. Das Ganze machen wir hier breit. Hier hauen wir wieder zwei raus. Truhe unten rein. Dann brauchen wir den Teppich. Den machen wir oben drauf. Nicht nebendran oben drauf. Dann brauchen wir den Rahmen und die Blumen. Ich habe rosa und weiße Tulpe rausgesucht. Wir hier Rahmen hin. Tulpen rein. Da noch Blumentopf. Und hier, da kommt jetzt weiß hin. Blumentopf. Hier machen wir auch noch einen Rahmen an die Wand. Dort könnte man jetzt ja irgendwas rein machen. Ich nehme jetzt einfach mal die Tulpen, weil ich sie gerade zur Hand habe. So. Und fertig ist unser Schlafzimmer. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Kommentar oder einen Daumen. Und wir sehen uns in einem unserer anderen Videos auf GameHardLP.